Am Mittwoch bleibt der Himmel den ganzen Tag lang wolkenfrei und wir können uns auf bis zu 11 Stunden Sonnenschein freuen. Am Vormittag gibt es Temperaturen um die 2 Grad, im weiteren Tagesverlauf steigen sie auf bis zu 12 Grad. In der Nacht wird es neblig bei Werten von 0 bis 3 Grad. Donnerstags zeigt sich der Himmel bedeckt, aber trocken bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 13 Grad. Am Freitag kommt die Sonne wieder zurück, nur am Abend können vereinzelt Wolken auftreten. Die Temperaturen erreichen angenehme 15 Grad. Am Samstag gibt es den ganzen Tag über einen Mix aus Sonne und Wolken, außerdem werden stürmische Böen erwartet. Die Höchstwerte sinken auf bis zu 8 Grad herab.